hallo und herzlich willkommen jetzt endlich mal wieder zu einem neuen part let's play live your dream ja wie ihr gerade seht ist ein event ja hatte ich glaube ich bin gerade auf dem server gecheckt und der komplette chat wurde komplett zu gespammt eben wegen den event ports da ich mir okay port ich mich hin und schalte mal kurz die aufnahme ein ja warum jetzt schon mir das lang nichts kam werde ich gleich erklären das ist nämlich relativ ärgerlich aber aber ja dafür davor noch kurz jetzt ja und zwar kunde hat mir jemand geschrieben ich soll doch mal den games und leiser ständer da letztes mal ein bisschen zu laut war und das werde ich dieses mal auch machen ja mir ist jetzt sogar der name nicht okay das werde ich später noch zu gucken im handy oder im nächsten part ich weiß gar nicht wo es hingeht ähm oh motor oh gott ist unglaublich ich weiß nicht mal wo es hingeht ja das ist jetzt natürlich so gott ich glaube ganz ehrlich ich glaube es ist einfach leichter wenn man später raus wird weil man einfach länger lebt ich glaube die probleme werden hier sein ja zu sterben so und ich habe sogar gerne mit dem auto bei der mich anfeuert das finde ich gar nicht geil ja und ab geht's ich weiß immer noch nicht wohin aber ich überhole alle das ist gut so kommt jetzt hier fahr höchste konzentration also wenn das nicht durchgeschlängelt aber dann weiß ich auch nicht okay ja warum sind so lange kein videos gekommen ich hätte jetzt eigentlich schon wieder vor ein bis zwei wochen videos machen wollen das problem war ich habe es auch versucht ja aber ich weiß nicht wo ich hin soll ich habe echt gar keine ahnung wo ich hin soll da hinten okay ähm aber ich glaube nicht dass ich das hin soll nein 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 den helikopter oder was den helikopter oder was nein 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 okay ich fahr wieder hoch ich bin ein bisschen weg damit ich immer ein bisschen ich weiß echt nicht wo ich hin soll jetzt mal ganz ehrlich Die fahren alle da runter, das heißt Irgendwann muss da unten sein Aber ich weiß nicht was Ich weiß echt nicht Was da unten ist Ich hätte vielleicht kurz vorher Leute, nicht im Ernst, oder? Alter Was ein Assi Okay, naja Okay Gut, wie gesagt Ach Gott Das ist unglaublich Ähm, naja, wie gesagt Ähm, erstmal Sorry, damit wir zu lange an die Videos gekommen sind Ich hätte eigentlich schon lange vorher Wieder welche machen wollen Das hat allerdings nicht funktioniert Weil Also es hätte natürlich Es hätte funktionieren können, ja, aber Ähm, ich glaub Game Sound Achso, der Helikopter ist weg Ich glaub, ein großes Problem Mal wieder war Ähm, ja, die Motivation Und zwar Ähm, ja Hab ich als erstes mir mal Gesagt, okay, ich tue mir jetzt ein neues Projekt Das ich dann eben neben SMP laufen lassen kann Und werde, sobald ich das dann hab Äh, ja Weitermachen und Dann eben wieder normal weitermachen Gut, das ganze Problem war Ich hab mir ein Spiel ausgesucht Hm, ja, ich werde jetzt mal nicht sagen Welches es ist Äh, ja, ich möchte hier niemanden die Vorfreude kaputt machen Auch wenn ich wahrscheinlich ein paar Ein, zwei Leuten hier auch Äh, Freude machen könnte Dass das Projekt nicht kommt Aber, naja Ähm Ähm Ja, und Das hat nicht funktioniert Also ich hab echt rumgetan Wie es sonst war Und das hat einfach nicht funktioniert Dann dachte ich mir jetzt, okay Scheiß drauf Dann mach ich eben nur mal SMP weiter So Äh, ja Bis vor ein paar Tagen Da hab ich SMP aufgenommen Schön lang hier Part für Part SMP und Ein Part Ähm Ja, dann wollte ich mich erstmal rennen Und dann weiter aufnehmen Und Ja, was war Genau Ich hatte meine externe Festplatte Nicht ahnung Und ich nehme auf die externe Festplatte auf Ja, das heißt Äh Ja, die Aufnahme am Sonsten Ich dachte mir natürlich schon wieder Nein Kein Bock mehr Hm, alles scheiße Ja, und deswegen Erst wieder jetzt Davor hatte ich bestimmt auch meine Gründe Weiß ich jetzt aber nicht mehr Es gab bestimmt Gründe Und Glaube ich überhaupt hin Ich weiß gar nicht Ja Weil ich jetzt kurz in meinem Handy gucke Wie Der heißt Der mir gesagt hat Ich soll mal den Soundleiter stellen Ja Dann vielleicht denkt es Das eine Ja Dann werde ich auch im Video genannt Konstruktive Kritik ist toll Mach ich auch mal Was ist denn das so langsam Ja Wo war denn das Ziel überhaupt Ja Ich meine jetzt mal ganz ehrlich Wo war denn das Ziel Ich habe echt Überhaupt Gar keine Ahnung Na ja Mein Handy will irgendwie nicht Sekunde Ich muss noch kurz die Seite neu laden Hier So Gut Ähm Ja nochmal zum Ja Zweitspiel hier neben S&P Zum Nebenprojekt Äh da habe ich mir noch Keins rausgezogen Beziehungsweise Ich habe schon mal Ein bisschen rumgeguckt Aber Ja es war halt einfach nicht so Damit ich mir so dachte Ja geil Im Spiel Dass ich jetzt spielen könnte Ja es war eher so Hm ja Lass mal antesten Und dann Ja habe ich es angetest Und dachte mir so Hm Will es halt echt Für das Play durchziehen Deswegen Ja mal gucken Wissen wir was ich habe Äh Spiele sind soweit gespielt Damit ich mir denke Ja okay Jetzt kann ich das halbe Spiel schon Dann Ja Let's play Hm Wer weiß Gut Ich weiß immer noch nicht Wo ich hin hätte müssen Gehen Tun tut Naja Jetzt ist es zu spät Ja Was ist denn da los Mit dem Internet Okay Erstmal mobiles Internet Anstatt Das funktioniert bestimmt besser Gut Wir werden jetzt erstmal Zurück laufen Ich Werde nicht zurücklaufen Ich werde nach Zum Flughafen Gehen Vielleicht stehen Der Flugzeug Und da wie alle wissen Oh die Website Ist nicht verfügbar Ich glaube mein Handy Stimmt einfach komplett So irgendwas mit der IP Hinten dran Ja Das war jetzt Naja Aber wir haben jetzt heute Ne Jedenfalls noch Zwei Minuten Ungefähr Ich werde jetzt wieder Zehn Minuten Platz machen Wieder Habe ich mal damit aufgehört Ich glaube ja Habe ich nicht noch 15 Minuten Platz umgestellt Ich weiß nicht Ich werde auf jeden Fall Hier Ja jetzt hier Basti der Gamer LP Ja Vielen Dank für deine Konstruktive Kritik Ja Jetzt können sie ruhig mal Ein paar neue Beispiel an dir nehmen Aber Naja Lieber konstruktive Kritik Ne Lieber gar keinen Kommentar Als irgendeinen Hate Ja Gut Dann in dir Werde ich verfolgt Ich habe das Gefühl Ich werde verfolgt Naja So Wir haben ein Payday bekommen Ja Ganze 17.700 Habe ich Bekommen 2.258.992 Annehmbar würde ich mal sagen Und Ja Jetzt laufen wir mal nach LV So wir sind 8.38 Kurz haben wir noch Also bei euch Bisschen mehr wegen Intro und so Und weil ich die Stopper Erst paar Sekunden eingeschaltet habe Natürlich das Video eingeschaltet habe Aber Ihr wisst was ich meine So um den Dreh Gut Ja Äh Außerdem 100 Abonnenten Special Ähm Ja Habe ich jetzt auch endlich mal Einigermaßen festen Termin In Anführungszeichen Und zwar werde ich den Werde ich das Abonnenten Special In das Abonnenten Special Die 100 Oder das 100. Folge Ähm Von Live for Dream Einbinden Ähm Ja So im Sinne von Ich hatte ja schon gesagt Ich will Halbe Stunde Halbe Stunde Halbe Stunde machen Tarts Oder meinetwegen 2020 Das weiß ich noch nicht Ähm Ich denke aber 30 30 30 Einmal New Dawn Einmal Life of Dream Und einmal noch ein anderes Spiel Das dann vermutlich An mein Nebenprojekt Angelehnt sein wird Entweder das Nebenprojekt Sein wird Das ich dann Ja Zu der Zeit haben werde Oder Minecraft Ja Was weiß ich Superchampon Das ist doch Ziemlich Toll immer Ja Ähm Gut Dann Werde ich diese Folge auch zu Ende Ja Ich hoffe Ist ja durchgefallen Endlich mal wieder eine Folge Ähm Ich werde jetzt versuchen Wieder täglich Folgen zu machen Dürft doch wieder hin Und ich habe mich mal ein Schrafen Muss holen bekommen Damit ich jetzt Endlich mal wieder Den kompletten Nachmittag wach bin Ja Das war das letzte Mal Letztes Wochenende Okay Äh Dass ich den letzten Nachmittag Äh Dass ich den ganzen Nachmittag wach bin Obwohl ich frühes um Viel zu früh aufstehe 5 vor 7 Ja gut Dann Ja Wie gesagt Hoffe ich euch heute hat gefallen Wir sehen uns nächstes Mal wieder Hier bei Life of Dream Oder eben bei dem Besagten Noch nicht bekannten Nemo-Objekt Bis dann Und Ciao Bis dann